Was ist los? Du siehst wütend aus. Ja, und ob. Ich hab die Antwort auf mein Versetzungsgesuch bekommen. Abgelehnt. Du musst das Positive tun. Ist zu spät für ihn. Was? Du hast hier nichts verloren. Ich vermisse das Schwimmen. Ich war gut darin. Ein paar von euch. Hey! Wer bist du? Halt! Ich krieg dich schon! Hier ist ein weiterer Geist. Außerhalb seines Käffes aus Fleisch. Sie verlieren doch nicht die Nerven, hoffe ich. Nein, überhaupt nicht. Aber wie erkennt man denn den Herzog? Keine Ahnung, wo sie diesen Doppelgänger gefunden haben, aber er sieht aus und verhält sich wie der Herzog. Ich sehe keine Unterscheidung. Das wird etwas wehtun, eure Eminenz. Oh nein, nein, nein! Moment! Pass auf diese Aufruhr! Wie bitte? Soll ich helfen? Was war das? Lassen Sie mich! Hilfe! Niemand verloren! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Wo versteckst du dich! Doch mein Opfer! Alles abzuflucht! Verflucht! Ist sicher nicht bei dir! Er ist nicht alles, wo du steckst, Teichling! Fast nicht. Was zum... Was zum... Verdammt noch mal! Verdammt noch mal! Was? Halt! Das ist nicht... Was? Was zu... Was zu... Wo ist der hin? Halt! Halt! Du musst kämpfen?! Hey! Oh! Oh! Nein! Gehen wir doch zur Magistratin. Vielleicht seid... Was? Ich will nicht sterben. Hier stimmt was nicht. Und was ist hier los? Widergabe nach dem letzten Taxistest entfernen. Das behauptet immer irgendwer einen maskierten Kerl gesehen zu haben. Ist sicher ein falscher Alarm. So? Komm her, du... Hier bist du versorbt. Was? Ich dachte... Was ist das? Wie nicht? Halt, das ist nicht... Scheiße noch mal! Das reicht! Das war's für mich. Ich soll, wem trauen, der sein Gesicht verbirgt. Ich kenne Sie. Wer sein Gesicht versch- Lassen Sie mich! Fiese! Alles in Ordnung? So verstehen Sie doch. Ich wache! Verschwinden Sie sofort! Was ist hier los? Hilfe! Zu Hilfe! Ich hab Sie gelassen. Ich rufe dir Hilfe! Moment! Was Sie auch machen, ich hab's nicht. Gehen Sie weg! Mir stirbt fast nichts! Ich will nicht sterben! Nichts hier? Sehen wir uns doch mal um! Was soll dieser Aufruhr? Hier ist das Veederwerk. Der Wiedergabe zeigt Kriminalität von dir. Wie war das möglich? Natürlich, der Herz. Ich hab schon genug gesehen. Werf ich in Ordnung? Nein! Der Mechanische soll in der Nähe die Bauern sich bleiben! Er ist das! Das ist ja nicht möglich! Wer hat dich für eine Gnade! Ja! Deine sind wir! Bitt! Nein! Ich frage mich, wer das macht. Das geht doch! Und was ist hier los? Wenn ich noch eine weitere Klage hören muss, werde ich wohl explodieren. growsyour Hallo? Wer ist da? Ähm... Ähm... Ich rufe jetzt Hilfe! Zur Hilfe! Zur Hilfe! Was sie auch brauchen... Ich hab's nicht! Ich kenne sie nicht! Hier stimmt was nicht! Hilf mir doch jemanden! Ich will nicht sterben! Oh Gott! Hm... Hä? Nein, nein, nein! Was ist denn jetzt los? Und was ist hier los? Und was ist hier los? Oh Gott! Ich gehe das hier die... Ich bin glück. Das war's für heute. Ich bin auch nur ein Mensch. Kommen Sie, es gibt mich zweimal. Was? Was? Wiedergabe für erfolgreiche Ordnung. Kampf verloren. Allgemeiner Ordnungsmodus. Feind, erfolgreich ausgewicht. Kampfprotokoll 8. Überlösung, alles auf Halt. Wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Widergabe für Kampfprotokolle. Feind laut Aufzeichnung. Oh, die Reine. Die Reine. Ah! Ich habe sie nicht eingeladen. Ihr Vater würde sich für sich schämen, Luca. Das muss der Schlüssel für den Tresor des Herzogs sein. Der Schlüssel für den Tresor des Herzogs. 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 Wie bitte? Komm her, Ado! Nein! Nein, nein, du bist der Schlüssel. Scheiße nochmal! Ähm... Eine Leiche! Ja! Wer ist da? Wer ist da? Wer ist ein Ges... Wer ist ein Ges... Mal sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. Der Lila Copperspoon. Der Tresor des Herzogs. Wiedergabe für erfolgreiche Wiedergabe. Die Maschine stellt... Ah, Hals fest. Der Tresor des Herzogs. Der Tresor des Herzogs. Der Tresor des Herzogs. Und fang Delilahs Geist ein. Ich lass dich nicht gehen. Ich find einen anderen Weg. Nein. Ich will nicht länger sehen, was aus dieser Welt geworden ist. Sie hat dich verändert. Ich hab alles getan, um das Kaiserreich zu bewahren und Emily zu beschützen. Wir hatten große Träume. Aber mir ist egal, was du tust. Beschütze meine Tochter. Und lass mich vergehen. Dann ist es erledigt. Zeit, Delilahs Geist zurück zu bringen. Was ist das? Das Herz meiner Halbschwester? Nur ihr Fleisch bleibt noch. Vielleicht hat Delilahs Geist ihn zusammengehalten. Ich bin sicher. Oh, oh, oh. Ah! Ich bin nicht stolz, ich bin damit verletzt. Mhm. Ein Leicher? Hier! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Der Herzog ist tot. Lang lebe, was nach ihm kommt. Zurück zur Dreadful Whale und dann weiter nach Dunwall. Sieht ganz so aus, um Emily zu helfen und ihr den Thronsruhen zu geben. Sind Sie bereit? Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Gut, wie Sie wünschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017